Der Insider wird Ihnen präsentiert von Wilhaben. Ich bin natürlich wieder auf der Jagd nach einem super Deal und zwar mit der Wilhaben App. Und gefunden habe ich dieses Schmuckstück, einen Lexus LS460 mit V8 und 381 PS aus dem Jahre 2012. Und der hier ist etwas ganz Besonderes, denn neben dem relativ niedrigen Preis ist es vor allem der Vorbesitzer, der die große Limo so besonders macht. Der Name steht natürlich nicht in der Anzeige, doch ich kann euch verraten, dass dieses Auto einen ziemlich prominenten Baumeister gehörte und damit weniger auf Baustellen war, sondern eher am Opernball. Der Wagen selbst scheint in einem sehr guten Zustand zu sein und auf den Fotos sieht man auch nix von Mausi, Katzi, Bambi haben. Für Fans ist dieser Lexus LS460 ein echter Musskauf. Gesucht und gefunden, natürlich mit der Wilhaben App.